Rebecca ist für mich jemand, der Politik mit Herzblut macht. Das machen viele. Aber Rebekkas Herzblut ist nicht korrumpiert. Und das ist das Entscheidende. Das unterscheidet sie von allen anderen Politikerinnen. Und ich muss sagen, das, was sie macht, macht sie mit so viel Ehrlichkeit, mit so viel Engagement, ja mit so viel Mut, den ich nur bewundere. Und Rebecca hat meine volle Stimme, auch für die nächsten Jahre. Untertitelung des ZDF, 2020